Hallo und herzlich willkommen im Online-Kurs bzw. auf dem dazugehörigen YouTube-Kanal der Businessfragen Academy. Ihrer Academy für Betriebswirtschaftslehre und Unternehmensgründer. Im Rahmen dieses kurzen Videos möchte ich Ihnen die Businessfragen Academy etwas vorstellen. Mein Name ist Daniel Neurauter und gemeinsam mit meinem Bruder Philipp Neurauter werden wir Sie auf der Businessfragen Academy begleiten. Einerseits bei unseren Online-Kursen und andererseits bei unseren Workshops. Das Leistungsangebot der Businessfragen Academy, wie bereits angesprochen, umfasst einerseits kostenlose Online-Kurse und andererseits kostenpflichtige Workshops. Die Kosten oder die Teilnahme an unseren Online-Kursen ist für Sie völlig kostenlos. Lediglich für einige Teilbereiche ist aus technischen Gründen eine Registrierung bzw. Einschreibung erforderlich. Hierzu zählen beispielsweise das Speichern des Lernfortschrittes oder aber auch der Zugriff auf die Quizfragen. Unsere kostenpflichtigen Workshops richten sich einerseits an Studenten bzw. Studentinnen aus wirtschaftswissenschaftlichen Fachbereichen sowie andererseits an Unternehmensgründer bzw. Unternehmensgründerinnen sowie bestehende Unternehmer und Unternehmerinnen. Unternehmensgründerinnen und Unternehmer